Willkommen zurück zu Tropico 5. Wir gucken mal, kann man hier nicht Gebäude? Ja, ähm, Militär? Nein, äh. Infrastruktur. Warte, wo, warte. Huch. Was denn das alles? Universität. Cool. Das ist nice. Ähm, aber wie stellt man die hin? So. Highschool brauchen wir auch nochmal. Auf jeden Fall. So, da haben wir das Geld wieder rausgehauen, ne? So, äh, jetzt nochmal, ähm. Gemeinwohl-Polizeiwache. Eine von fünf. Das heißt, wir brauchen noch welche. Ähm, Polizeiwache. Polizeiwache? Nein, keine Polizei. Wo waren die? Gott, wo haben wir die Polizeiwache hingestellt gehabt? War die nicht hier irgendwo? Ne, das war ein kleiner Laden. Klinik? Wo war die Polizeiwache, Leute? Warte, ich guck hier nochmal durch. Aufgabe. Äh, unsere tapferen Soldaten kämpfen gegen Tyrannei und Unterdrückung. Genau. Äh, was? Kann mir das immer so schlecht merken? Ah. Ähm, jedenfalls brauchen wir unsere Truppen dringend Zigaretten. Ich weiß nicht, wozu. Doch es ist unsere nationale Pflicht, unsere Truppen zu unterstützen. Exportieren sie 10.000 Zigaretten plus 10. Hä, aber meditärer ist... Okay, keine Ahnung. Zigaretten, Tabak, wa? Ja, da brauchen wir auf jeden Fall eine Plantage. Eine Tabakee. Da wäre gut eigentlich. Hier wäre Tabak richtig gut. Muss ich sagen. Ähm. Ja, weil... Wieso auch nicht, ne? Wenn es da schon hinpasst, dann bauen wir das da auch hin. Und dann brauchen wir natürlich noch so eine Zigarettenfabrik. Aber die können wir uns später noch holen. Die wichtige Frage ist, wo... Wo? Zum Teufel war die Polizeiwache. Ich hab's nicht mehr in Erinnerung. Tut mir leid. Nein, da war die. Genau. Ich kann das Budget steigern. Ich glaub, das ist ganz gut, wenn man so das Budget ein bisschen steigert. Warte, kann man die ausbauen? Feuerwache sendet Rush-Fahrzeuge aus. Ah. Cool. Denkt größeres Gebiet ab. Ja, das ist jetzt nicht das Problem. Das hört sich ganz nice an eigentlich. Also müssen wir jetzt auf jeden Fall erstmal dann warten, bis wir wieder Geld bekommen haben. Und dann gucken wir weiter, ne? Ja. Sorry wegen dem Klicken meiner Maus. Aber ich hab wirklich geguckt. Aber es gibt irgendwie nicht wirklich so eine richtige Maus, die so leise ist. Und mein Mikro ist halt eben jetzt da, als es ja besser ist und so, ne? Ähm, auch empfindlicher. Was ist nicht gerade leichter macht für mich, dass ich da jetzt dann richtig immer quasi... Haben wir die Botschaft schon? Keine Ahnung. Guck ich dann gleich nochmal. Warte, wenn wir jetzt da, dann da irgendwo. Unten da. Hier so. Ähm, ja, machen wir... Oh. Ähm, was wollte ich gerade gucken? Mist, jetzt weiß ich's nicht mehr. Also manchmal, ne? Ach so, Botschaft, genau. Ob wir die Botschaft schon haben. Das ist die Zeitung. Frage ich mich... Also manchmal frage ich mich schon, was ich hier wo hab und so. Also seltsam aufgebaut kann man schon sagen, dass es ein bisschen ist... Was? Botschaft, wo waren die überhaupt? Ich glaub, die hab ich... Gerade... Da. Das ist die Bibliothek. Okay, keine Ahnung, wo die Botschaft ist. Wah. Cool. Ach so. Ach so. Ach so. Ach Gott, echt, ey. Ist doch nicht dein Ernst. Ach, Penultimo. Also manchmal da... Keine Ahnung, also. Also manchmal ist mir der Typ ein Rätsel. Boah, 72, 71. Alter, das läuft so schön. Kennt ihr das, wenn alles so gut läuft und auf einmal kackt alles ab? Das wird hier bestimmt mal so sein. Ich hab das Gefühl, es kommt irgendwann mal. Das ist bei vielen Leuten. Das kommt einfach und geht wieder. Ähm, Militärbasis. Boah. So sieht die also aus. Aber die haben wir, glaub ich, noch nicht. Ich mach mal kurz ne Straße. Ne, die geht ja gar nicht. Ist unlogisch. Warte, wo ist denn da der Anfang und das Ende? Es gibt immerhin der Anfang und das Ende. Ähm. Ach ja, genau. Da wollte ich auch mal gucken. Ne, da war nicht da. Ähm. 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 25 Obdachlose. Arbeitslos. Also Obdachlos sind noch ein paar. Warte, ich guck mal kurz bei diesen Luxushäusern. Wie sind die? 4 von 4. 4 von 4. Okay, dann können wir noch ein paar Luxushäuser bauen. Mietskaserne. Ah. Die waren auch immer gut, glaub ich. Also, was heißt gut? Ähm. Die haben, glaub ich, ein bisschen Geld gebraucht, aber ich weiß nicht mehr. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ach, sie bitzen. Aha, aha. Verstehe, verstehe. Ich besitze leider nicht genug Geld, um das zu machen, ne? Alter, was geht mit dem ab? Ich hätte gerne genug Geld, um das zu machen, bitte. Warte, das ist, ähm, eine Möglichkeit? So, ich mach hier eine Straße aus dem Prinzip einfach. Weil ich's kann. Hä? Diese Logik gerade? Warte. Ich bekomme das noch irgendwie hin. Okay. Ah, toll. Kann's sein, dass das was kostet? Ich wollte euch nur eine Straße hier hinbauen. Ach je je, ach je je, wieso bin ich im Schnee? Was? Hä? Äh, wah, wah. Warte, ich komme. Einen Moment. So. So. Ah ja, das ist sehr toll. Das gesunde Menschenverstand sagt, ähm, der Alkoholschmuggel wird eine ganz große Nummer. Und wir können davon mächtig... Ach, die ist schon wieder, Alter. Also, alle wollen was, irgendwie. Genau, wir müssen noch so einen Typen finden. Den wir umbringen sollen, oder sowas. Hm. Das ist natürlich die Frage, wo. Ähm. Funktioniert ja super. Die Straße da ist einfach unmöglich. Ja, Timer ist gut. Ich weiß Bescheid. Also, es liegt einfach an der Straße. Tja, wenn es so ist, dann, ja. Ist so. Ist so wie ein Pokémon übrigens. Äh, was? So. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.